Herzlich Willkommen bei der Paul Reinhard AG. Ich bin der Rema und ich bin die Bedinda. Wir sind im zweiten Jahr unserer KV-Lehrer und geben euch heute einen kleinen Einblick in unseren Berufsalltag. Die Paul Reinhard AG ist ein internationaler Baumwollhändler mit vielen Standorten auf der ganzen Welt. Momentan befinden wir uns in unserem Musterzimmer, wo wir Baumwollmuster an unsere Kunden verschicken. Während unserer Lehre durchlaufen wir viele verschiedene Abteilungen. In der Abteilung Trading wird der ganze Ein- und Verkauf der Baumwolle abgewickelt. Hier zu meiner Rechte sehen wir unseren Marktbildschirm. Auf ihm sehen wir jederzeit die aktuellen Börsenpreise der Baumwolle. Ebenfalls arbeiten wir in der Abteilung Traffic. Da sind wir dafür verantwortlich, dass Baumwolle von ihrem Ursprungsland bis zum Hund transportiert wird. Dabei arbeiten wir mit internationalen Schifffahrtslinien zusammen und organisieren den ganzen Transport. Und da sieht man noch eine Live-Map von allen Schiffen, die jetzt gerade unterwegs sind. Bei uns herrscht ein sehr familiäres Verhältnis. Wir haben eine Kulturkultur und einen freundschaftlichen Umgang miteinander. Neben unserer Hauptaufgabe der jeweiligen Abteilungen sind wir noch für viele andere spannende Projekte und arbeiten verantwortlich. Wie zum Beispiel das Plan und das Organisieren von unserem jährlichen Weihnachtswäsche. Jetzt hast du einen kleinen Einblick in unseren Berufsalltag bekommen. Wenn du Freude an Sprachen und an einem internationalen Umfeld hast, bist du bei uns genau richtig. Bewirb dich doch!